Musik LOL LOL So Warum ging das jetzt nicht? Hallo? LOL Weil dann würde ich sagen, dass wir das noch ein bisschen anders bauen Und zwar Mit Wie soll ich das jetzt sagen? Das wir das erstens mal aus dem normalen Wood bauen Und zweitens mal Ja, das ist hier auch aus Wood Ich weiß nicht warum, aber Fragt mich nicht, keine Ahnung So So Werden wir ja dann sehen Man kann in Minecraft alles umändern Was man will So, so, so Alles gut Hier, ich würde das Geld holen Holz Das War doch da was So 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Kommt die ganze Prozierung mal weg Ist das schon Ist das schon Effizienz 5 drauf? Oh ja, tatsächlich Dass es so langsam geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht Ich hätte gedacht, das wäre schneller Aber Alles klar Ok, meine goldene Feder Hält auch nicht mehr so viel aus Aber Aber Ich glaube für den Bau reicht es noch Hoffen wir mal So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dumm, dumm Fuck Nein Nicht das Das da Fuck Wo war die Ecke? Hier Da war die Ecke Ups Ach du Scheiß Bländerei Alter Ich doch Ich doch Kaki So Gut Meine Ecke mal ein bisschen größer So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fuck Wie viel waren es jetzt? Weiß ich nicht mehr Okay Kommt mir hier rein Okay Mhm Ja okay Ich würde sagen Machen wir Fenster Machen wir dann nachträglich noch rein Zuerst Zuerst Wand voll fertig waren So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nichts Mh 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 Nichts mehr so machen Ich wusste, dass ich eins zu hoch gemacht hab Nein Jetzt hat er einen Abgang gemacht fuck und der fehlt mir jetzt hier genau fuck kann der da genau einer fehlen also ich brauche nochmal ein stack äh ja so äh ich kann da nicht hin, möchte mich verarschen so jetzt aber mal 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 mach ich einfach mal zwischen den Kisten, jetzt habe ich eine Idee wie ich es mache ich mach zwischen den Kisten oder da wo eigentlich Kisten sind, lasse ich einfach frei und setzte dann so mit diesen mit diesen ähm ach wie heißen sie ähm mit den mit den Eisengittern setze ich dann da solche 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 Fenster rein damit da ein bisschen Licht und alles reinkommt ab aber das werden wir dann sehen wie ich das dann mache weil ich ja noch die Anordnung von den Kisten überhaupt nicht weiß deshalb müssen wir jetzt mal gucken wie wir es machen in der Ecke ok warte in der Ecke ist der Minen äh ist die äh ist die Leiter für die Mine warte mal platzierst du nicht du voll Idiot so 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 habàn rot ne to to hab noch jede Menge häh so was haben wir denn ok fuck hier noch hier 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 weil warum wird das so unscharf guck mal auf die untere Hälfte von dem Block weiß nicht ob du das im Video seht aber das verschwimmt bei mir so what the fuck einfach jetzt fragt mal in die Kommentare ob ihr das auch gesehen habt oder ob das nun bei mir so ist dat wird dat würde mich jetzt mal interessieren jetzt mal ohne Scheiß was das soll ich hab ja kein Shader drin ah das sieht ja schrecklich aus weil ich hab ja kein Shader kein gar nichts drin deshalb dürfte das ja eigentlich nicht so sein so den Boden mach ich hier mal aus dem da so so Gott sei Dank haben wir da noch Koppels in den Ofen geschmissen denn da brauchen wir schon einige ach du Scheiße oh kacke ja ich hoffe die sind wirklich müssten aber eigentlich hey so so was andere hier noch wunderbar so 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 so